Piloten arbeiten bis zu 15 Stunden, ohne Pause, aber wie sollen sie dabei wach bleiben? Drei, zwei, eins, los! Na Jungs, seid ihr wieder wach? Herrlich, voll Witter. Perfekt, aber schick sie sicherheitshalber nochmal 10 Minuten vor der Landung rein, das sollte reichen. Aye Aye Captain, wird gemacht. Okay Roger, Geschwindigkeit Mach.83, gib den Düsen nochmal so richtig Zunder. Mach.83, set! Musik 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 Musik